Der Rücktritt von Christine Lambrecht ist eine klatschende Ohrfeige für unseren Bundeskanzler und er zeigt, warum Scholz ein Sicherheitsrisiko für unser Land ist. Aber der Reihe nach. Keine Ministerin hat sich je so regulär, so regelmäßig, so massiv blamiert wie unsere Verteidigungsministerin. Es würde mir schwerfallen und es wäre für euch eine Qual, wenn ich jetzt die ganzen Fehltritte von ihr, die ganzen Fettnäpfchen aufzählen würde. Nur zwei Dinge, weil sonst wird es wirklich quälend. Nach ihrem Amtsantritt musste sie in einem Interview bekennen, dass sie nicht die Dienstgrade bei der Bundeswehr kennt. Und wer weiß, wie wichtig Dienstgrade bei einem Heer sind, beim Militär, der kann da nur den Kopf schütteln. Und man könnte sich das ja vor der Vereidigung mal kurz anschauen, damit man auch ernst genommen wird. Dann von der Truppe hat sie nicht gemacht. Jetzt könnt ihr einwenden, ja, war ein Fehler, okay, wir machen alle Fehler, ich mache auch viele Fehler. Ja, aber fünf Monate später hat sie in einem neuen Interview zugeben müssen, dass sie diese Dienstgrade immer noch nicht kennt. Es ist in etwa so, wie wenn ein Zahnarzt einen Bohrer nicht von der Füllspachtel unterscheiden kann. Das ist ungeheuerlich und es ist eigentlich eine Ohrfeige für die Bundeswehr. Und wie sollten die Soldaten und Offiziere sie respektieren, wenn sie selbst so eine Mindestanforderung nicht erfüllte. Ein zweites Beispiel noch, das weiß ich eben auch aus Russland weiß, dass international die Ministerin zum Gespött wurde wegen ihres Auftretens. Es gibt ja die diversen Fotos, wo sie wie eine verwirrte Greisin wirkt und inmitten von Soldaten ist. Und dann war immer der Kommentar, ist da jemand aus dem Altenheim entflohen und wird er von Soldaten hier zurückgebracht. Ja, es ist eigentlich nicht zum Lachen. Reden wir gar nicht von den anderen Dingen wie dem Helikopterflug für den Sohn, wo sie dann nicht sagen wollte, wer das Foto aufgenommen hat, wo dann ein Gericht sie zwingen musste. Unfassbar. Und was ist das Resultat? Selbst in unseren Medien ist sie, neuer Rekord, bei den Beliebtheitsumfragen unter die beiden AfD-Chefs gesunken. Und das, obwohl die ja das Meist-Hetzpotenzial bei den Medien haben, also obwohl gegen die täglich gehetzt wird, während die SPD die Meistbegünstigungsklausel hat und sogar Medien selber besitzt, mitbesitzt, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland, duzende Zeitungen, die quasi von der SPD mit Artikeln gefüttert werden, wo die Leser das oft überhaupt nicht wissen. Jetzt hat Christine Lambrecht etwas getan, was mir Respekt abnötigt. Trotz allem, sie tut es auch viel zu spät, sie dreht zurück. Sie hätte das schon lange machen müssen. Und die große Frage ist, warum hat sie der Kanzler nicht entlassen? Warum hat Olaf Scholz vor kurzem gerade noch gesagt, dass er sie eben nicht entlassen wird? Das zeigt, was für eine kolossale Führungsschwäche dieser Mann hat, es nicht in der Lage zu führen. Das zeigt, dass es nur um Parteiproports geht, nur um Geschlecht, wie jetzt in Thüringen, wo diese Sachbearbeiterin wegen richtiger Hautfarbe, richtigen Geschlecht und richtigen Parteibuch, obwohl sie erst ganz kurz bei den Grünen ist, Justizministerin wurde. Phänomenal. Es geht also nicht um Fähigkeit, nein, es geht nur um diese Faktoren. Und die große Frage ist, warum hat Olaf Scholz das so lange mitgemacht? Er hätte dann ja auch jemand mit richtiger Hautfarbe, richtigen Geschlecht und richtigen Parteibuch nehmen können, um zu ersetzen. Und wie gesagt, die Pfeifen, die Spatzenpfeifen, die Pfeifen auch, aber die Spatzen habe ich hier gemeint, die Pfeifen ist von den Dächern, dass Olaf Scholz wegen seiner ganzen Affären, Cum-Ex, 200.000 Euro bei Kars im Schließfach, seines engen Vertrauten, woher? Bei der Wirecard-Affäre, wo der Hauptverdächtige in Russland sitzt, dass Olaf Scholz erpressbar ist und der Umgang mit der Christine Lambrecht in meinen Augen nährt, der diesen Verdacht. Und deshalb muss man ganz klar sagen, Olaf Scholz ist ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Das ist traurig, aber das ist leider so. Und da kann man nicht drum herum reden. Ja, so ist es. Jetzt geht Frau Lambrecht Gott sei Dank, aber sie musste selber diese Entscheidung treffen, weil es der Kanzler nicht konnte. Es ist nur noch absurd, wenn man das Freunden im Ausland erzählt. Die schütteln nur noch den Kopf. Jetzt bin ich gespannt, ob YouTube auch dieses Video demonetarisiert. Normalerweise kommt bei meinem Video sofort zur Werbung nicht geeignet, während wenn es Unterstützer hochladen kann, ist es merkwürdigerweise zur Werbung geeignet. Also spannend, auch wieder enorme Wettbewerbsverzerrung, Benachteiligung, aber die rechnen nicht mit meinen Lesern, weil ich weiß, die kompensieren das durch ihre Unterstützung. Es ist absurd, aber das sind ja noch die geringsten Schikanen, wenn man es vergleicht mit allem anderen. Zum Beispiel bei Facebook, dass man da immer noch gesperrt wird, wenn irgendetwas ist. Oder jetzt musste ich wieder mein Bankkonto aufgeben, weil die Bank gekündigt hatte. Jetzt wurde das wirksam. Jetzt gehen wir die ganzen Seitenpartnerschaften und viele Unterstützung ins Leere. Gruselig. Ich verlinke unten nochmal den Artikel und die aktuellen Daten. Sorry, dass ich euch damit behelligen muss. Ich würde es wirklich lieber nicht tun. Aber ja, was bleibt einem übrig? Danke, dass ihr reingeschaut habt. Schaut wieder rein. Voraussichtlich. Morgen bringe ich den zweiten Teil vom Sarasen-Interview. Unglaublich spannend. Hat mich viel gelehrt. Für mich viele neue Erkenntnisse. Da schreibe ich auch nochmal einen Artikel dazu. Für mich längerfristig sogar weitaus lehrreicher als der erste Teil des Sarasens-Interview. Also bitte wieder reinschauen. Klicken hier das Like, weil das bringt die Algorithmen auf Trab. Die werden auch runtergebremst. Die Glocke für die Abos. Wer einen Kommentar da lässt, dem bin ich besonders dankbar. Und hier immer daran denken, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Alles Gute. Danke. Ciao. Tschüss. Dump. Untertitelung des ZDF, 2020